Okay, wir nähern uns. Die Legierung ist in der Tasche. Wir müssen sie jetzt nur noch unter den 3D Laser legen, der sich direkt hier befindet. Und dann geht's los. Wo ist denn das jetzt? Achso. Sollten wir vielleicht mal reintun. Wäre besser. Ach, so ja. So, jetzt aber. Duplikation beendet. Na, jetzt haben wir das Legierungsemblem. Oh, ja. Und Besuch kriegen wir auch schon wieder. So, alles andere können wir wieder nicht mitnehmen. Aber Ink Ribbon zumindest mal, um einen kleinen Zwischenspeicher zu setzen. Denn sowas wie Checkpoints gibt es ja nicht. Wenn ich nämlich jetzt sterbe, mache ich alles neu, was ich vom letzten Speicherpunkt bis hierhin gemacht habe. Deshalb immer mal wieder Zwischenspeicher. Natürlich nur, solange wir auch Farbbänder haben. Das ist logisch. Das ist logisch. Ja, das stimmt. Oh, war das ein... Guck mal, der ist jetzt schon da. Das ist ja perfekt. Das stört doch uns hier nicht. Blöd ist nur, dass der uns jetzt hier... Scheiße. Was hustet. Oh nein. Jetzt will ich genau rein. Shit, shit, shit. So, jetzt holen wir uns erstmal wieder alles schnell raus hier. Den Feuer lösch ich nämlich auch nochmal mit. Ist zwar leer, aber... Mal weiß. So, jetzt, wie sieht es aus? Achtung, noch orange. Geht noch. Wir haben das Emblem. Wir müssen damit jetzt zu diesem großen Tor. Oh ja. Das war wichtig. Nochmal so ein Angeknabbere will ich nicht. So. Da hinten müsste das eigentlich gewesen sein. Da, wo die anderen beiden Lurche noch... Ja. Oh, es sind schon drei. Komm. Hauch auf. Sehr gut. Und weg. Vorerst zumindest. Ich will nochmal zurück. Ich will nochmal die Napalm und die BOW-Granaten haben. Und mein erste Hilfespray und 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 und. Das kann ich alles nicht zurücklassen. Das ist viel zu wertvoll. So. Was haben wir denn jetzt? Jetzt sehe ich hier eine... Dahinten brennt es auf jeden Fall. Und da kommen wir auch nicht weiter. Klettern wir mal hier die kleine Leiter oder Treppe. Oh, Munition, Munition. Nicht unwichtig. Die brauchen wir. Sehr schön. So, dann mache ich die nochmal voll. Wollen wir mal gucken. Wahrscheinlich können wir die Kiste hier ein bisschen rumschieben. Jawoll. So. Dann mal rein damit. So. Zack. Dann können wir auch klettern. Oh ja. Erwartet uns da was? Oh ja. Eins, zwei, vier Stück. Kann ich aufs rote Fass? Ich könnte natürlich auch erst mal ein bisschen rumschieben. Da rein. Oder? Kann auch an denen vorbei. Oh, das gibt's doch nicht. Hat fast geklappt. Oh, ey. Lass mich in Ruhe. Wieso hast du nicht geschossen? Oh, das mache ich anders. Das mache ich anders. Messer. Der kommt nicht mehr hoch. Sehr schön. Da müssen wir ja sehr haushalten. Scheiße. Das machen wir genauso. Das scheint mir recht effektiv zu sein. Gegen Runde. Vor allem, weil die auch so gar nicht mehr wieder hochkommen. Nein, prüfen wollte ich sie nicht. So haben wir... Achso. Ausrüsten wollte ich es auch noch. Immer noch ein bisschen Munition in der Hinterhand. So, was... Oh, da blinkt. Und das gleiche Spiel hier nochmal. Nicht hochkommen lassen. Sehr gut. Ja, minimaler Pistolenaufwand. Sehr schön. So, hier blinkt wieder was auffällig. Marineausweis. Ja. Aber na klar doch. Oh, ein Kräuterchen. Das könnten wir direkt auch mal einen nehmen. Boah, schon immerhin wieder leicht grün. Und da habe ich noch die Mische und ich habe auch noch ein Erste-Hilfe-Spray in dem Detektor. Und zwar jetzt noch, aber das sollten wir ja wohl irgendwie mal bekommen. Ach. Da gehe ich gleich nochmal wieder zurück. Ich wollte da hinten nochmal gucken. Was ist denn das hier wieder? Ein Herrenhaus? Polizeistation? Herrenhaus? Gleich nochmal wieder rein. Ich wollte hier unten nochmal nach da gehen. Ich hoffe, es lohnt sich. dann bin ich hinab. Am Ufer. Oh ja. Und eine Karte haben wir auch schon wieder. Residenzkarte, da wo wir gleich rein marschieren in die Residenzkarte. Ja, sehr gut. Und was haben wir denn da? Pfeile. Ja, Pfeile. Pack rein. Da sage ich doch nicht nein. So, was ist das? Ach, ein eckiges Loch. Für eine Kurbel. Ja, wahrscheinlich. Haben wir noch nicht. Also, oh, dann spazieren wir noch mal. Ja, gehe ich jetzt in die Residenz oder gehe ich jetzt noch mal zurück? Ähm, an die Stelle, wo ich eben die Treppe hochkam, wo diese vier Zombies sind. Denn da ist ja schließlich eine Tür gewesen noch. Ja, ihn direkt in die Arme. Scheiße. Worauf kann ich das auch nicht machen? Oh! Nein, du sollst doch in die Bischof der Tür rein. Das nutze ich. Sehr gut. Da haben wir schon mal zwei erledigt. Sind da nachher noch zwei. Also, da gehen wir dann beim nächsten Mal rein. Da werden da hinten schon die weiteren Zombies kommen. Ja, verabschiede ich mich jetzt fürs Erste. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann!